Musik Minusgrade und Regen wird es in nächster Zeit nicht geben. Die neue Woche beginnt wieder mit Hitze und Hochsommer. Eiscreme und Freibad könnten vielleicht eine Abkühlung bringen. Musik Die neue Woche beginnt mit viel Sonne und hochsommerlichen Temperaturen. Am Montagmorgen können sich noch ein paar Wolken am Himmel zeigen. Die verschwinden jedoch sehr bald wieder und geben die Sonne frei, die uns Temperaturen von bis zu 32 Grad bringt. Die kommenden Tage haben nicht weniger Sonne im Gepäck. Der Dienstag startet bereits mit Temperaturen von bis zu 34 Grad. Am 1. Augusttag, dem Mittwoch, können sich ein paar Wolken am Himmel zeigen. Dennoch steigt das Quecksilber auf Temperaturen von bis zu 32 Grad. Der Donnerstag bringt ebenfalls Hitze und Temperaturen von bis zu 29 Grad. Musik 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 Musik